Ich habe über 200 Event-Pads in Pet Simulator X und du kannst sie alle haben. Um zu gewinnen, musst du mir nur heute Abend ab 18 Uhr Gems über den Briefkasten an Roblox Conny schicken. Der Erste, der Fünfzigste, der Fünfundsiebzigste und der Hundertste bekommen zehnmal so viele Gems einfach so zurückgeschickt. Und wenn du der Fünfundsiebzigste bist, der mir Gems über den Briefkasten schickt, dann lade ich dich in meine Bank ein und du kannst sie einfach leerräumen. Viel Erfolg, denn...